hey leute gaming office ist wieder back am start und ich wollte euch nur ganz kurz ja in dem video zeigen wie man schnell leveln kann und das ganze auch noch afk ich habe mir jetzt hier eine spiele liste rausgesucht ihr hat zwar anders erstellt aber ich verlinke sie euch unten in der beschreibung müsst euch einfach bei rockstar games anmelden und dann könnt ihr das dem spiel hinzufügen und dann seht ihr das genauso wie ich jetzt hier unter online spiele listen markierte spiele listen und dann heißt es afk kommen rp und dann diese dollar zeichen und dann drückt ihr einfach x und start möchtet startet als die spiele liste und ihr müsst halt das mit einem freund machen das geht leider nicht allein aber ist es halt die mir zurzeit bekannte schnellste methode um afk level zu machen genau und hier ist eigentlich egal was ihr hier oben macht hauptsache stellt hier unten nichts ein und ich habe gestern schon im video gezeigt ich werde jetzt später noch mal rein machen gleich wie ihr müssten gummiband nehmen damit ihr nicht wegen inaktivität gekickt werdet ok und ganz easy startet man halt einfach beim ersten mal und keine sorge wenn ihr halt einfach ein gummiband so macht wie es euch gleich zeigen wird dann werdet ihr halt nicht gekickt und man kriegt eigentlich ziemlich schnell die level also den linken und den rechten stick zusammen richtung playstation button und dann könnt ihr halt einfach afk hier die ganze zeit seht ihr euch seid in der ego-perspektive alles normal und ihr seht jetzt schon oben in der leiste wie schnell das halt die ganze zeit hochballert und das ist halt easy ich bin jetzt gerade auch ich weiß halt kurz vor dem nächsten level aber man kriegt halt die ganze zeit wenn euer freund das machen will dann sollte euer freund den job posten weil der der den job postet der kriegt das meiste geld und auch am meisten apple weil geld kriegt man nebenbei auch noch ziemlich gut in der mission und ich glaube die 16 es gibt ja 16 jeweils einzelne jobs und da man halt vier runden braucht zum gewinnen geht es ja maximal sieben runden jedes mal und jedes mal kriegt man halt geld und ich glaube die mal daumen läuft die spiele liste drei zwischen drei und vier stunden komplett durch wo ihr einfach nur afk sein müsst und dann müsste sie halt einfach neu starten aber in den drei vier stunden macht ihr bestimmt 50 level und ich habe halt gestern glitsch hochgeladen bei dem manche gesagt haben ja ich bin noch nicht hoch genug vom level her und deshalb wollte ich euch das einfach nur kurz zeigen damit es wie sie auch nebenbei mal gesagt wurde haut da rein ich hoffe ihr könnt euch schnell level um den glitsch den ich gestern hochgeladen habe zu machen weil der eigentlich auch ziemlich gut für anfänger haut da rein bis zum nächsten mal ciao so